Wie ein Schweizer Ruhrwerk. So funktionieren auch die Lösungen der Denz-Blessi-Rona. Nur wenn alle Details perfekt aufeinander abgestimmt sind, läuft das Ruhrwerk. Und genauso für unsere nahtlosen Systeme zur harmonischen Zusammenarbeit zwischen dem Zahnarzt und dem Zahntechniker. Hallo miteinander, mein Name ist Vett und Loki und ich bin CATCAM-Spezialist bei der Denz-Blessi-Rona und zuständig für die ganze Schweiz. Aus gelehrter Zahntechniker biegt natürlich in der Dentalwelt zuhause. Schon während meiner Ausbildung durfte ich stundenlang die Zahnkrone modellieren und weiss darum ganz genau, wie ein Zahn anatomisch ausgesehen und wie er das Leben hat. Während dieser Zeit habe ich nicht nur die Welt der verschiedenen CATCAM-Systeme bestens kennengelernt, sondern habe mit Freude die Weiterentwicklung der Denz-Blessi-Rona miterleben. Mit dieser Erfahrung in meinem Rucksack habe ich mich dann schlussendlich bereit gefühlt, die Stelle als CATCAM-Spezialist bei der Denz-Blessi-Rona anzupacken. Das war für mich definitiv die beste Entscheidung. Weil heute ist es mir eine Ehre und es erfüllt mich mit Stolz, ein Teil von so einem grossartigen Team zu sein. Bei der Denz-Blessi-Rona kümmere ich mich nicht nur um die Verkaufsberatung und die Schulung von Zahnärzten und Aussendienstler, sondern bin auch für alle Handelspartner in der ganzen Schweiz zuständig. Meine Hauptverantwortung ist die Beratung und der Vertrieb vom Interohrads-Scanner ZEREC Prime Scan sowie von der Schleifmaschine ZEREC Prime Mill. Ich merke es in meinem Alltag, dass ich durch meine jahrelange praktische Erfahrung viel besser auf die Kundenwünsche eingehen kann, um so den Zahnärzt und schlussendlich den Patienten eine schnellere, sicherere und noch bessere Zahnmedizin zu ermöglichen. Digitalisierung in Zahnmedizin bringt es mit sich, dass verschiedene Systeme innerhalb von einem Workflow zusammenspielen. Darum ist der ständige Expertise-Austausch innerhalb von unserem Team umso wichtiger, damit wir euch nur das Beste anbieten können. Gemeinsam mit unseren Handelspartnern begleite ich euch auf dem spannenden Weg zur perfekten Lösung. Angefangen bei der Beratung und der Vertragsabwicklung, über die Installation, die Übergabe und die Schulung der Geräte bis zur Nachbetreuung. Dabei ist es mir sehr wichtig, dass ihr euch verstanden und wohl fühlt. Und genau diese Verantwortung ist für mich eine herzensangelegenheit. Wenn auch ihr möchtet sehen, wie unfassbar einfach es ist, unsere innovativen Systeme in eurer Praxis zu implementieren und wie viel Spass die Arbeit mit diesen Systemen macht, dann testet ihr unsere CAD-CAM-Lösungen unverbindlich mit mir, in unserem Showroom oder direkt in eurer Praxis. Kommt auch dir vorbei, damit wir gemeinsam noch mehr erreichen können. Zum Wohl der Patienten und Praxen. Heute und auch in der Zukunft.